weiter wir gehen auf die zielgeraden langsam tag 22 vom lego star wars adventskalender 2018 auf kernspieler tag 22 so ich glaube wenn ich mir nicht erzählt habe müssten jetzt doch noch zwei figuren kommen die letzten zwei tage also wird es mal zeit müsste ja wohl fast heute drin sein und was grün ist im star wars universum gibt es also auch grün wer hätte es gedacht also im heutigen star wars universum wow mit vielen stäbchen stäbchen sind blöd die rollen nehme ich immer weg hier liegt der ganze quatsch mal gucken wie das wo bin ich da bin ich ein stand fuß grünen drauf dieses teil kommen vier so greifteile ok die passen aber farblich nicht ganz das eine ist ja gut am hinten fluss sieht man davon nichts mehr das eine ist so komisches türkis hellgrün das andere sind mehr so türkis dunkelgrün die werden jetzt ganz toll da kommen diese stäbchen jetzt rein super das ist ja mal sensationell mal gucken sollen die auf den boden gehen ich glaube nicht ganz aber ich tue es jetzt einfach mal wie es mir passt soll mich jemand daran hindern jetzt ihr seht es eh schon zu spät jawohl ok stelle ich es mal dann bleibt es stabil was kommt jetzt oben drauf ein roter bobble richtig rum würde helfen glaube ich ein grüß zippelchen hat er gesagt super lustig und dann noch das soll mir jetzt nicht sondern 45 grad winkel so jetzt habe ich hier ein bauwerk ich frage mich was es sein soll halt ein bauwerk ja toll das ist sicher eins dafür dass es eins der letzten ist ist es ganz besonders spektakulär kann man so sagen glaube ich